Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr über die Plattform Freepik Geld verdienen könnt. Freepik ist eine Plattform, auf der ihr beispielsweise Fotos oder Illustrationen verkaufen könnt und keine Sorge, ihr müsst bisher keine Fotos oder Illustrationen haben und müsst diese auch nicht erstellen können, um über die Plattform Geld verdienen zu können. Mehr dazu und wie das funktioniert, gibt es gleich nach dem Intro. Bevor ich jedoch mit dem heutigen Video starte, würde ich auch noch gerne mal eine persönliche Empfehlung aussprechen, nämlich an den Kanal Geld verdienen im Internet, früher freie Leben. Ich habe euch mal diesen Kanal hier in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist ein Kanal, den ich sehr, sehr gerne schaue. Er macht Videos rund ums Thema Geld verdienen, beispielsweise hier ein Video rund ums Thema TaskRabbit, wie du Geld verdienen kannst mit Instagram und so weiter und so fort. Und er spricht über viele Themen, über die ich nicht auf diesem Kanal spreche und deswegen kann ich euch sehr diesen Kanal hier empfehlen. Guckt einfach gerne mal in die Videobeschreibung rein, dort befindet sich ein Link zu seinem Kanal. Gut, fangen wir dann aber mit dem eigentlichen Thema vom heutigen Video an, nämlich die Plattform Freepik. Freepik ist eine Plattform, die ich sehr, sehr gerne verwende. Auf Freepik kannst du die unterschiedlichsten Designs, Illustrationen, Fotos und so weiter und so fort finden. Der große Vorteil von Freepik ist, dass du hier nicht nur eine Art von Designs anbieten kannst, sondern sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Designs. Beispielsweise kannst du Vektoren anbieten, du kannst Dateien mit PSD praktisch anbieten, du kannst Icons anbieten, du kannst Fotos anbieten, du kannst auch zum Beispiel Buchtemplates, T-Shirt-Templates und so weiter und so fort. All diese Dinge kannst du hier über die Plattformen anbieten. Und das Interessante daran ist vor allem das Folgende, wenn du schon ein Stockbusiness hast zum Beispiel, sagen wir mal, du bist schon vertreten auf Shutterstock, dann kannst du einfach deine Fotos nehmen und die hier auch nochmal auf Freepik publizieren, weil Freepik keine Exklusivitätsklausel hat. Das heißt, du kannst sagen, okay, ich habe meine Fotos zum Beispiel auf Shutterstock, auf Dreamstime, auf Getty Images, Fotolia oder welche Plattformen halt auch immer und ich packe es auch nochmal gleichzeitig auf Freepik drauf. Das heißt, du hast einfach eine weitere Einnahmequelle mehr. Das wäre zumindest ein Weg, wie du Einnahme zählen kannst. Aber deswegen habe ich nicht dieses Video erstellt. Es gibt natürlich noch einen weiteren, etwas einfacheren Weg für die Leute, die jetzt noch wirklich absolut gar keine Portfolios online haben. Zuallererst aber, wenn du ein Contributor hier auf der Plattform werden möchtest, also wenn du hierüber Geld verdienen möchtest, musst du einfach hier oben nur auf Bekommen a Contributor klicken und dann wirst du praktisch zu diesem Teil hier weitergeleitet und der Prozess ist eigentlich ziemlich simpel. Du musst dir erstmal einen Account erstellen, anschließend dann musst du 20 von deinen Werken an Freepik schicken, sodass halt Freepik sich diese Werke durchschauen kann. Das können wie gesagt Fotos sein, das können Illustrationen sein und so weiter und so fort. Du musst nur natürlich die Rechte dazu haben, du musst sie nicht unbedingt selbst erstellt haben oder dazu kommen wir auch gleich, wie man das macht. Und sobald dann halt deine Werke angenommen wurden und Freepik sagt, okay, du bist gut genug für die Plattform, was eigentlich immer der Fall ist, dann wirst du durchgelassen und kannst halt direkt damit beginnen, Geld zu verdienen. Und es gibt hier übrigens ganz interessante Wege, Geld zu verdienen, nämlich du wirst halt vor allen Dingen für deine Downloads bezahlt. Das heißt, wenn Leute deine Bilder downloaden, dann kriegst du dafür Geld. Zum Beispiel hier haben wir mal so testweise von Freepik gesagt bekommen, wie viel Geld hier eine Person oder praktisch dieser Test-User hier verdient hat. Mit 30.000 Downloads haben wir hier praktisch Earnings von 860 Dollar mit 120 Dateien. Natürlich gehe ich davon aus, dass nicht unbedingt du so viel Geld verdienen wirst, wenn du jetzt 120 Dateien hast. Kann auch sehr gut sein, dass du sehr viel mehr brauchst, um diese Einnahmen hier erzielen zu können. Aber das ist zumindest das, was uns hier praktisch Freepik sagt. Ihr könnt jederzeit hier, wie gesagt, eure Daten eingeben, könnt dann diese 20 Werke einreichen und dann über die Plattform Geld verdienen. Und das Schöne ist, gerade bei Freepik, weil ich selbst auch gerade dabei bin, mein Portfolio rüber zu Freepik zu schieben, was ich bei Freepik sehe, ist vor allen Dingen, dass da die Plattform durchgehend größer wird. Zum Beispiel gehört auch zu diesem Kreis an Plattformen, wo Freepik drin ist, die Plattform Flat Icon. Immer wieder kommen neue Plattformen raus, wo halt Freepik uns die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen, beziehungsweise die Distribution von unseren eigenen Werken zu erhöhen und dementsprechend mehr Einnahmequellen aufzubauen. Und ich glaube, gerade wenn man sowas jetzt schon merkt, dann kann es gut sein, dass auch in der Zukunft das so weitergeht und dementsprechend, wie hier von einer Plattform sprechen, die nicht nur eine kleine Plattform sein wird und das sind sie auch eigentlich nicht mehr, sondern halt wirklich im Long Term eine von den Major-Playern sein werden. Hier, wie gesagt, gibt es noch ein paar weitere Informationen. Ihr solltet aber vor allen Dingen hier unten mal in die Contributor-Sektion gehen. Nämlich hier haben wir die sogenannten Content Submission Requirements und darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Das heißt, die beiden Content-Typen, die derzeit akzeptiert werden, sind Vectors und sind Fotos. Das heißt, ihr könntet beispielsweise hier auch Icons hochladen, wenn ihr ein Icon-Portfolio bereits habt. Oder wenn ihr halt auf Shutterstock oder ähnlichen Plattformen seid, könnt ihr hier eure Fotos hochladen. Und gerade wenn ihr beispielsweise jemanden braucht, der für euch Icons erstellt, könnt ihr auf Plattformen gehen wie Fiverr oder beispielsweise Upwork, lasst euch da tolle Icons erstellen, reicht diese bei Freepik ein. Das heißt, 20 von diesen Icons. Freepik sagt, okay, die sehen super aus. Und anschließend dann werdet ihr durchgelassen und könnt über die Plattform hier Geld verdienen. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt die Designs selbst erstellen. Ihr könnt natürlich auch, so wie ich es beim T-Shirt-Business tue, eine Person euch holen über die Plattform onlinejobs.ph oder wenn ihr nicht diese Plattform verwenden möchtet, so eine Plattform wie, sagen wir mal, Upwork oder Fiverr oder welche Plattform auch immer, stellt dort eine Person an, die für euch die Designs erstellt. Und diese könnt ihr dann über Freepik publizieren. Das A und O ist aber, dass ihr halt eure Kosten so geringen lasst, wie nur irgendwie möglich. Und da möchte ich euch zwei Tipps geben. Nämlich die günstigsten Designer lassen sich eigentlich über onlinejobs.ph finden. Das ist eine philippinische Plattform. Da könnt ihr beispielsweise den Begriff einfach mal Designer eingeben und werdet sehen, dass es viele Designer hier gibt, die für einen sehr geringen monatlichen Lohn arbeiten. Zum Beispiel haben wir hier eine Person, die arbeitet für 947 Dollar im Monat, was eher relativ teuer ist. Und dann haben wir hier eine Person zum Beispiel, die für 210 Dollar im Monat arbeitet, 631 und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch hier oben jederzeit auf Monthly Salary Between Any and Any gehen und könnt hier dann zum Beispiel 8.000 philippinische Pesos bis 10.000 philippinische Pesos eingeben. Das heißt praktisch die Leute, die am wenigsten für ihre Dienstleistung möchten. Dann klickst du auf Refine Search Results und dann könnt ihr gleich alle möglichen Freelancer hier finden, die vielleicht gerade mal 100, 200 Dollar Fulltime, also Vollzeit im Monat wollen, dafür, dass sie euch Designs erstellen. Und damit könnt ihr natürlich relativ einfach euer Portfolio skalieren. Ihr müsst natürlich nur darauf achten, dass die Leute, die ihr hier anstellt, auch tatsächlich, dass die gut sind und jetzt keine 0815 Designs hier machen. Zum Beispiel diese Person nimmt 210 Dollar im Monat, die Person nimmt 210, die Person nimmt 210, 210 und so weiter und so fort. Es gibt aber auch einige Leute, die arbeiten für zum Beispiel halt 168 Dollar oder so im Monat und wie gesagt Fulltime und das ist halt das Schöne. Also das wäre auf jeden Fall die Strategie. Bloß die Frage, die ihr jetzt vielleicht auch noch habt, ist, lohnt sich das Ganze? Klar, ich gebe für die Person wirklich nur 210 Dollar im Monat aus, das wird sich sicherlich lohnen und ich gehe mal davon aus, bloß ihr könnt natürlich auch Folgendes machen, um nochmal eure Einnahmen zu erhöhen. Ihr könnt beispielsweise die Designs, die euch die Leute schicken, also die Designer von onlinejobs.ph schicken, könnt ihr auch nochmal selbst abwandeln. Die meisten von euch werden jetzt vielleicht sagen, ich bin kein Designer, ich will das nicht tun, lässt sich aber sehr, sehr viel einfacher machen, als man denkt. Zum Beispiel stelle ich mal Folgendes vor. Stelle ich mal vor, ihr publiziert über die Plattform FreePick Icons. Das heißt, ihr möchtet beispielsweise jetzt mit euren Icons Geld verdienen, was kann man da am besten machen. Ich würde euch folgenden Tipp geben. Lasst euch beispielsweise ein Icon-Design erstellen von einer Person hier auf onlinejobs.ph. Das könnte zum Beispiel einfach ein Computerscreen sein oder dergleichen und anschließend lasst euch natürlich alle möglichen weiteren Designs erstellen. Was ihr dann macht, ist, ihr nehmt diesen Computerscreen-Icon und nehmt die anderen Icons und tut diesen Icon in praktisch den Computerscreen rein. Also stelle ich vor, man hat einmal einen leeren Computerscreen, das heißt, das ist ein Icon, der für euch erstellt wurde und anschließend dann hat diese Person vielleicht nochmal 100 weitere Icons erstellt. Das heißt, wir haben praktisch 101 Icon, das heißt, einmal diesen leeren Computerscreen und 100 weitere Icons und dann könnt ihr natürlich diese Icons nehmen und könnt die in diesen Computerscreen reintun, dass der jetzt nicht mehr ein leerer Computerscreen ist, sondern ein Computerscreen und da drin ist zum Beispiel irgendwie, sieht man einen kleinen Stift oder da sieht man irgendwie einen Apfel drin oder sieht man, was weiß ich, irgendwas anderes drin, vielleicht einen Hund oder was auch immer. Das heißt, ihr könnt damit diese 101 Icons praktisch zu 201 Icons machen, das heißt, der Preis für jedes Icon reduziert sich ungefähr um 50%, nämlich indem ihr einfach nur selbst ein bisschen Arbeit reinsteckt. Ich hoffe, das ist verständlich, dass man hier sagt, okay, man hat einen leeren Computerscreen, hat diese unterschiedlichen Icons, nimmt dann die Icons, tut ihn in den Computerscreen rein, macht daraus ein neues Icon und damit kann ich halt 101 Icons zu 201 Icons machen und wenn man will, kann man natürlich noch das Ganze noch viel stärker abwandeln, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich packe da nicht nur irgendwie 100 Icons rein, die mir erstellt wurden, sondern ich lasse den Typen hier oder die Frau 500 Icons erstellen und mache dann aus meinen 501 Icons 1001 Icons. Also das, wie gesagt, ist eine Strategie, wie ihr sehr, sehr schnell euer Portfolio skalieren könnt und halt sehr, sehr viele Icons erstellen könnt, die ihr dann über solche Plattformen wie FreePick verkaufen könnt. Gut, das war es aber heute hier für dieses Video. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, ich kann euch zeigen, wie ihr sehr, sehr günstig ein eigenes Icon-Portfolio aufbauen könnt, über welche Plattformen ihr die Icons verkaufen müsst, wie ihr damit passive Einnahmen erzielt, wir können auch gerne über steuerliche Themen sprechen und so weiter und so fort. Das heißt, ihr kriegt wirklich von mir einen A-Z-Plan, wie ihr mit solchen Dingen hier Geld verdienen könnt. Schaut deswegen gerne mal in die Videobeschreibung rein, dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm, schickt mir eine E-Mail und ich schreibe euch dann persönlich zurück. Vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können.